Hallo, hier ist Pastor Neumal Klug. Heute mit einem Ratevideo mit Zeichnungen von mir. Eine Freundin von mir bat mich für ihren Himmelfahrtsgottesdienst, für so eine Stationsarbeit, ein paar Rätselbilder zu zeichnen, die ja alles Redewendungen sind, die etwas mit dem Wort Himmel zu tun haben. Und für euch zum Mitraten habe ich die Bilder hier in diesem Video mal eingestellt. Also, ihr seht jetzt neun Rätselbilder. Alle sind eine Redewendung, in der das Wort Himmel vorkommt. Und ich sage euch gleich, das Letzte, das ist für die ganz Schlauen. Das ist richtig schwer. Mal sehen, wer es rausfindet. Und hier kommt schon das Erste. рätselbilder. Musik 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 Na, alles rausgekriegt? Ich wünsche euch noch einen gesegneten Himmelfahrtstag. Dort gibt es noch mehr Cartoons von mir. Da gibt es das neueste Angeberwissen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach dort abonnieren. Bis bald, euer Pastor Neumauklug.